Ja, die Serie Game of Thrones auf SDR Blu-Ray schauen oder auf der Ultra HD Blu-Ray in Dolby Vision? Ja, diese Frage möchte ich jetzt hier in diesem Video beantworten, denn ihr habt euch es gewünscht, dass wir mal einen großen Vergleich zwischen der SDR Version und der Dolby Vision Version von Game of Thrones durchführen. Das ist natürlich ein riesiges Projekt, daher wird dieses Video wahrscheinlich hier auch etwas länger werden, aber es wird auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Also wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, auch dieses Mal habt ihr wieder die Möglichkeit, einen Film einzureichen, welchen wir als nächstes zwischen Full HD Blu-Ray und Ultra HD Blu-Ray vergleichen werden. Dazu habe ich euch wieder unten im Kommentarbereich einen Kommentar ganz oben angepinnt, worauf ihr antworten könnt mit eurem Vorschlag. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst darauf antworten, keinen eigenen Kommentar verfassen, sondern ein Antwortkommentar, sodass dann euer Film berücksichtigt wird. Unter dem letzten Video haben auch einige Zuschauer einen eigenen Kommentar verfasst, der ist natürlich dann ungültig. Also ganz, ganz wichtig, ihr müsst unter meinem groß angepinnten Kommentar oben antworten und dementsprechend dann habt ihr die Möglichkeit, euren Film einzureichen. Und der Film, der die meisten Likes, die meisten Daumen nach oben bekommt, wird im nächsten Video behandelt. Ich bin schon gespannt, was wir als nächstes vergleichen werden. Ja, dieses Mal werden wir keinen Film miteinander vergleichen, sondern eine Serie. Eine Serie, welche 73 Folgen bietet und das ist natürlich eine ganz schöne Mammutaufgabe. Aber keine Sorge, wir werden jetzt hier in diesem Video keine 73 Folgen durchgehen, sondern ich habe mir drei Folgen ausgesucht, um die jetzt hier zu vergleichen zwischen SDR Full HD Blu-Ray und Dolby Vision Ultra HD Blu-Ray. Welche Folgen habe ich ausgesucht? Und zwar die erste Folge der ersten Staffel, die erste Folge der fünften Staffel und die dritte Folge der achten Staffel. Aber warum habe ich jetzt genau diese Folgen ausgewählt? Die erste, zweite, dritte und vierte Staffel von Game of Thrones wurde nicht in Ultra HD produziert und erst nachträglich in HDR Dolby Vision remastered oder gemastered. Und erst ab der fünften Staffel liegt Game of Thrones in echtem Ultra HD vor mit echtem gemastertem Dolby Vision. Und daher habe ich ab der fünften Staffel dann die erste Folge genommen und in der achten Staffel die dritte Folge. Aus dem Grund, weil wir da nämlich die Folge haben, welche nur auf Ultra HD Blu-Ray so aussieht, wie sie aussehen sollte und man auch auf Ultra HD Blu-Ray nur das quasi zu Gesicht bekommt. Das war mir ganz wichtig, dass wir das jetzt hier in diesem Video mal nehmen, dass wir genau die Folge nehmen, wo es wirklich richtig dunkel ist und viele HDR Highlights zu Geltung kommen. Aber ich kann euch jetzt gleich schon sagen, dass meine Kamera hier wirklich ans absolute Limit gegangen ist und ich sehr viele Probleme hatte, diese Bildeindrücke richtig einfangen zu können. Aber ich habe zwei Bilder schießen können, die diesen Eindruck ganz gut vermitteln können zwischen HDR Full HD Blu-Ray und HDR Ultra HD Blu-Ray bzw Dolby Vision. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu wissen, dass wir jetzt hier an dieser Stelle nur so einzelne Pickups nehmen, um dementsprechend die Serie Game of Thrones miteinander zu vergleichen. Okay, bevor wir jetzt mit dem großen Bildvergleich anfangen, würde ich sagen, erkläre ich euch ganz kurz, welche technischen Geräte ich zum Testen verwendet habe. Als Fernseher kommt hier mein AG77 G3 EVO OLED-TV zum Einsatz, welcher aus Sicht von 2023 so das neutralste Bild eines OLED-V liefert. Und als Ultra HD Blu-Ray Player verwende ich hier meinen Panasonic DP-UB9004 Ultra HD Blu-Ray Player, welcher die Referenzklasse darstellt. Und als Bildmodi habe ich hier für die SDR Full HD Blu-Ray natürlich den Filmmaker-Mode verwendet und dies nach Norm eingestellt. Und seitens der Dolby Vision Blu-Ray bzw. der Ultra HD Blu-Ray mit Dolby Vision verwende ich hier natürlich den Dolby Vision Modus, in diesem Fall den Kino Modus oder auch besser bekannt als Dolby Vision Dunkel und das natürlich auch nach Norm eingestellt. Meine Kamera verwendet hier den Foto Modus mit HDR. Dementsprechend habe ich hier HDR Fotos geschossen, um in einem SDR Video die Kontrastunterschiede zwischen SDR und Dolby Vision bzw. HDR sichtbar zu machen. Das ist natürlich eine technische Herausforderung für so ein SDR Video hier auf YouTube, um diese Unterschiede quasi deutlich zu machen. Ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass ihr in diesem Video hier nur einen rudimentären Eindruck bekommen werdet. Das, was ich jetzt hier mit meinem Auge gesehen habe, ist ein ganz anderes Bilderlebnis als das, was ich jetzt hier im Video transportieren kann und das auch, was meine Kamera hier aufnehmen kann. Dennoch können wir ganz gut sehen, wo die Bildqualitativen Unterschiede sind, wenn wir uns das Ganze genauer betrachten. Und vor allem solltet ihr darauf achten, was ich genau sage und was ich genau zeige, um die Unterschiede richtig einordnen zu können. Okay, würde ich sagen, legen wir los. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem großen Bildvergleich und beginnen mit der ersten Staffel. Nochmal zur Erinnerung, die erste Staffel, die zweite Staffel, die dritte Staffel und die vierte Staffel von Game of Thrones wurde digital aufgezeichnet, aber nicht in Ultra-HD, sondern nur in 2K. Dementsprechend haben wir hier nur einen Full-HD-Master. Dementsprechend wird es hier interessant, was kann das Remastered Dolby Vision da rausholen. Aber schauen wir uns jetzt mal den ersten Bildvergleich so an. Und wenn wir uns den ersten Bildvergleich so anschauen, kann man hier das schon erkennen, was ich gerade gesagt habe, dass so ein Auflösungsunterschied zwischen der Full-HD-Blu-ray und der Ultra-HD-Blu-ray jetzt nicht zu erkennen ist. Auch wenn man näher reinzoomen, kann man ganz gut sehen, dass da keine großen Unterschiede sind. Es kann sein, dass die Ultra-HD-Blu-ray hier vielleicht ein bisschen körniger wirkt, ein bisschen mehr digitales Bildrauschen drin hat. Aber das ist so das Einzige, was ich sage, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber wenn wir uns jetzt das Gesamte nochmal anschauen im direkten Vergleich, kann man hier ganz gut erkennen, dass das Dolby Vision natürlich hier einiges maßgeblich ausmacht. Sei es jetzt zum Beispiel hier die Himmeldarstellung. Wenn wir uns die Wolken mal so anschauen, kann man ganz gut erkennen, die Seite, wo die Sonne quasi drauf scheint, dass das ein bisschen kontrastreicher und plastischer wirkt als auf der Full-HD-Blu-ray in SDR, wo das alles ein bisschen matt und einheitlich wirkt. Aber auch so von der Farbgebung her können wir hier auch ganz gut erkennen, dass wir dann einen etwas erweiterten Farbraum haben, wodurch natürlich mehr Farbdetails und Farbhelligkeitsabstufungen zu erkennen sind, wodurch das Bild natürlich in sich ein bisschen stimmiger und natürlicher wirkt, so von der Farbgebung her. Ansonsten, wie gesagt, ist so von der Auflösung her nicht viel zu erkennen, dass die Ultra-D-Blu-ray-Fassung jetzt hier wesentlich besser ist. Okay, kommen wir nun zum zweiten Bildvergleich der ersten Staffel. Und hier habe ich jetzt absichtlich eine etwas kompliziertere Szene genommen, die natürlich auch hier für meine Kamera eine ganz schöne Herausforderung war. Und zwar eine recht dunkle Szene. Wenn wir uns die Szene so anschauen, haben wir es auch hier als erstes wieder das Gleiche, dass wir keine großen bildqualitativen Unterschiede in Sachen Auflösung zwischen den beiden Versionen sehen. Und das ist, wie gesagt, aufgrund des Masters auch schwer zu sehen und beziehungsweise auch entsprechend zu fordern. Aber auch hier sehen wir wieder den Unterschied zwischen der Farbgebung. Und das ist hier auch ein ganz, ganz maßgeblicher Punkt. Wenn wir uns nämlich zum Beispiel mal so die grau-bläulichen Töne auf der linken Seite von den beiden Schauspielern uns so anschauen, zum Beispiel von Sansa an der Stelle, sehen wir schon ganz gut, dass die Ultra-D-Blu-ray-Fassung hier mehr Farbhelligkeitsabstufungen liefert. Dementsprechend den erweiterten Farbraum und dementsprechend natürlich auch mehr Farbinformationen an sich. Aber viel mehr zu erkennen ist es vor allem auf der rechten Seite des Bildes, wo wir diese Obstschale stehen haben, wo die einzelnen Früchte drin sind, dass wir da natürlich auch mehr Farbunterschiede und Farbabstufungen haben als auf der SDR Full-HD-Blu-ray-Variante. Oder auch die Decke, die direkt auf der Truhe liegt oder auf dem Schrank beziehungsweise auf dem Tisch, wo die Schale draufsteht. Da kann man auch ganz gut erkennen, dass dieser braunen Ton wesentlich plastischer wirkt als auf der SDR Full-HD-Blu-ray. Ansonsten, wenn wir uns die Kerzen oben im Bild anschauen, da können wir schon erkennen, dass hier das Dolby Vision nicht so gut herüberkommt, wie es eigentlich sein sollte. Also die Lichtunterschiede sind jetzt nicht zu erkennen. Das heißt, das Dolby Vision ist jetzt hier wirklich nur nachträglich eingefügt worden. Und wenn ein Film oder eine Serie nicht wirklich gleich von Anfang an in Dolby Vision produziert wurde und sich im Nachgang dann nicht so viel Mühe damit gegeben wird, kann man ganz gut erkennen, dass dann dementsprechend keine großen Unterschiede zu erkennen sind. Das kommt aber auch ein bisschen immer auf die Szenen an. Diese Szene ist jetzt hier ein ganz gutes Negativbeispiel dafür, dass hier der erwartete Farbraun zwar vieles bringt, was die Bildqualität angeht, aber Auflösung und Dolby Vision hier aus dem Bild recht wenig herausholt. Okay, kommen wir nun zu dem letzten Bildvergleich für die erste Staffel von Game of Thrones. Und hier habe ich eine Szene herausgesucht, die natürlich auch das gesamte Gegenteil sein kann im Vergleich zu der Szene, die wir uns gerade angeschaut haben. Denn wenn wir uns jetzt diesen Bildvergleich so anschauen, kann man hier ganz gut erkennen, dass auch bei der ersten Staffel hier sich Mühe gegeben wurde bei Szenen, die das dementsprechend noch hergegeben haben. Man muss schon bedenken, dass so dunkle Szenen natürlich entsprechend wenig Informationen hergeben können für ein gutes Remaster. Helle Szenen können da ganz anders sein. Und wenn wir uns diese Szene so anschauen, muss ich wirklich sagen, ist das ein Bildunterschied wie Tag und Nacht. Sei es von der Farbdarstellung, sei es von der Dynamik, Lichtdarstellung, als auch Auflösung vor allem. Das ist vor allem sehr spannend hier in dieser Szene. Denn wenn wir uns die Auflösung mal so anschauen, bei Daenerys Targaryen jetzt aus unserer Sicht in der rechten Gesichtshälfte, kann man in der näheren Aufnahme ganz gut erkennen, dass die einzelnen Hautporen tatsächlich richtig gut zu erkennen sind, im Vergleich zur Full HD-Version in SDR auf Blu-Ray. Das ist auf jeden Fall etwas sehr Spannendes und was ich richtig gut finde, was wirklich sehr genial rüberkommt auf so einen 77G 3 OLED-TV. Und dazu natürlich dann dementsprechend noch die bessere Farbdarstellung, die wir jetzt hier vor allem in den Hauttönen oder in den Haartönen auch in den Grau-Blautönen im Hintergrund ganz gut erkennen können, die wesentlich kontrastreicher sind, viel mehr Farbhelligkeitsabstufungen liefern und dementsprechend dynamischer rüberkommen. Das muss ich auf jeden Fall sagen, sieht phänomenal aus. Und dazu natürlich dann in sich alles noch ein bisschen heller, weil es natürlich auch eine Szene ist, die draußen gedreht wurde, bei voller Sonne, quasi im Sommerlicht, wenn man so möchte. Und da kann man hier ganz gut erkennen, dass die Dolby Vision Version natürlich hier entsprechend diese, ich sag mal, Illusion auch transportieren kann, dass es wirklich im Sonnenlicht ist und dass man das auch das Gefühl hat, wenn man im Wohnzimmer sitzt, dass das auch wirklich Sonnenlicht ist. So einigermaßen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich hier sehr gut finde bei dieser Szene, dass auch die erste Staffel tatsächlich durchaus ein paar Schmankel hat, was die Bildqualität angeht und dementsprechend hier wirklich absolut top ist. Okay, damit haben wir jetzt die erste Staffel abgearbeitet und machen jetzt weiter gleich mit der fünften Staffel. Die Staffel ab dem Punkt, wo Game of Thrones im richtigen Ultra-D produziert wurde und gleich in Dolby Vision. Und da schauen wir uns gleich die erste Szene an, quasi zwölf Sekunden der Folge. Und da kann man nämlich schon ganz gut erkennen, was ich hier meine. Und zwar den Lichtunterschied. Denn wenn wir uns jetzt die Lichtdarstellung im unteren rechten Bereich des Bildes mal so anschauen, kann man hier schon fast nicht so gut erkennen, wie ich es jetzt mit dem bloßen Auge gesehen habe, denn das ist fast schon auf Blenderniveau, also dass man wirklich geblendet wird von der Helligkeit, kann man hier ganz gut erkennen, dass die Helligkeit der Dolby Vision Variante hier maßgeblich höher ist. Weit über 1000 Nit werden hier geliefert, im Vergleich natürlich zu der SDR-Version, die hier nur 100 liefert und das bei jeder Helligkeitsstufe. Da kann man hier ganz gut erkennen, dass Dolby Vision hier maßgeblich ein Vorteil ist. Und vor allem auch, was die Farbleuchtintensität angeht, können wir das hier auch gut erkennen, dass der größere Farbraum, der breitere Farbraum hier in der Ultra-D Variante mit Dolby Vision wesentlich kontrastreicher und besser rüberkommt als der kleine Farbraum, den wir auf der SDR Full HD Blu-ray Variante haben, wo alles relativ matt und einfach wirkt. Das ist auf jeden Fall schon mal so der erste Schritt in die Richtung, wie Game of Thrones dann auf Ultra-D Blu-ray aussieht. Okay, kommen wir damit jetzt zu dem zweiten Bildvergleich für die fünfte Staffel. Und hier habe ich jetzt einen Bildvergleich, welcher genau das nochmal klar darstellt, was ich damit meine, dass Game of Thrones ab der fünften Staffel einen signifikanten Unterschied hat, was die Bildqualität angeht. Denn wenn wir uns diesen Bildvergleich so anschauen, leider habe ich hier trotz gleichen Zeitstempel nicht die gleiche Szene fotografieren können, wissen die Götter, warum das der Fall ist. Jedenfalls können wir trotzdem ganz gut sehen, was ich meine. Denn wenn wir uns die Ultra-D Blu-ray Variante so anschauen, strotzt die quasi vor Dynamik und Bildqualität. Sei es in der Lichtdarstellung, sei es in der Farbdarstellung, sei es in der Auflösung, alles hier wirklich auf einem Niveau, so wie man sich die Ultra-D Blu-ray auch vorsteht. Auch mit einer Übertragungsrate weit über 80 Megabit pro Sekunde. Also gehen wir ein bisschen ins Detail. Wenn wir uns jetzt Materion vorne im Vordergrund des Bildes anschauen, sehen wir auf der SDR Variante, dass der relativ dunkel herüberkommt, relativ matt und viele Details in dunklen Bildbereichen kommen nicht so gut herüber, obwohl es hier alles am Tag gedreht wurde. Und wenn wir uns jetzt hier die Ultra-D Blu-ray Variante in Dolby Vision so anschauen, bekommt Tyrion hier trotzdem sehr viele schöne Schattenbereiche, die einen schönen Tiefgang im Bild haben, aber trotzdem eine sehr gute Ausleuchtung und dementsprechend das ist, so wie es am Tageslicht aussehen sollte. Dazu natürlich eine schöne Farbdarstellung. Wenn wir uns nämlich seine Haare mal so anschauen, die so ein bisschen von der Sonne auch durchschienen werden von der Seite, kann man auch ganz gut erkennen, dass diese bräunlichen Goldtöne sehr gut herüberkommen und sehr schön abgestuft sind im Vergleich zur SDR Variante auf Fuller-D Blu-ray, wo hier es einfach nur ein statischer Braunton ist, der eins ein bisschen abgestuft wird. Das ist etwas, was man hier noch ganz gut erkennen kann. Das ist sehr schön zu sehen. Aber auch wenn wir uns das Gesicht anschauen, wobei das jetzt mit diesem Bildvergleich ein bisschen schwierig ist, da hier leider die Szene nicht so 100% übereinstimmt, aber trotzdem haben wir natürlich im Gesicht, was die Badstrukturen zum Beispiel angeht, kann man hier gut Details erkennen. Ja, ansonsten, auch wenn wir uns den Tisch auf der rechten Seite auch im Goldton so anschauen, wirkt ja auf der SDR Fuller-D Blu-ray Variante etwas, ich sag mal, ich will nicht sagen dreckig, aber das ist glaube ich schon der richtige Begriff dafür. So ein dreckiges Gold im Vergleich zu der Udoi-Bi-Vision-Version, welche hier wirklich ein strahlendes, kräftiges Gold liefert und schön leuchtet. Das hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Game of Thrones auf Ultra-D Blu-ray aussieht und wirklich was für eine Bildgewalt das ist. So, kommen wir jetzt zu dem letzten Bildvergleich für die fünfte Staffel und hier habe ich jetzt nochmal eine Szene genommen, um das Ganze nochmal ein bisschen zu untermauern, wo die großen Vorteile von Dolby Vision liegen und dementsprechend auch hier der höheren Auflösung. Aber mir geht es hier aber auch primär um den Vergleich der Farbdarstellung. Denn wenn wir uns die beiden Bildvergleiche so anschauen, könnte man hier an dieser Stelle meinen, dass die SDR-Variante hier jetzt im Filmmaker-Mod als Beispiel ein bisschen gefälliger rüberkommt, gesättigter und dadurch subjektiv besser. Das mag vielleicht so sein, ist aber tatsächlich hier faktisch falsch. Denn wenn wir uns die Dolby Vision Variante anschauen, sieht man hier ganz deutlich, dass diese hier von der Farbdarstellung her natürlicher und besser herüberkommt. Das kann man durchaus auch hier im Hintergrund an einem Ozean erkennen, welcher durch die Sonneneinstrahlung jetzt hier natürlicher wirkt, da die Sonneneinstrahlung etwas besser abgebildet wird, als auf der Fuller-D Variante in SDR, wo die Sonneneinstrahlung quasi fast gar nicht abgebildet wird und dadurch entsteht eher so ein sehr tief matschiges Blau, würde ich schon fast sagen. Das kann man hier ganz gut erkennen, dass man da schon so ein bisschen diesen, ich sag mal, den Horizont besser über dem Ozean erkennen kann, was seitens der Dolby Vision Version. Okay, aber wenn wir uns jetzt noch an sich die Farbdarstellung angucken, vor allem in den Grüntönen vorne, kann man auch hier ganz gut erkennen, dass das Ganze an einem Tag gedreht wurde. Und dementsprechend wirken die Grüntöne natürlich von der Sonne etwas geküsst und dementsprechend etwas aufgehellt, was hier auch bildqualitativ und an sich auch natürlicher wirkt. Aber wenn wir uns auch an sich in den Detailgrad mal genauer reingehen und uns mal Tiere unten im Bild anschauen, kann man auch in der näheren Betrachtung gut sehen, dass natürlich hier die höhere Auflösung punktet und dementsprechend natürlich mehr Bildinhalt zu sehen ist. Vor allem auf dem 77 Zoll TV mit dem richtigen Sitzabstand macht das richtig Laune, sich anzuschauen, kombiniert mit dem Dolby Vision und der guten Farbdarstellung. Das kann ich hier in diesem Video gar nicht richtig transportieren. Also diese Bilder zeigen nur die Spitze des Eisberges, wirklich nur Nuancen, das, was ich eigentlich wirklich sehen kann mit dem Auge. Also das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Eindruck in die ganze Sache. Jedenfalls ist die fünfte Staffel von Game of Thrones auf Ultra D Blu-ray wirklich ein Augenschmaus. So, damit haben wir uns jetzt die fünfte Staffel wie versprochen angeschaut und wechseln jetzt rüber zur achten Staffel. Und hier genau auf die Folge 3, die lange Nacht. Das ist die Folge, die damals bei der Erstausstrahlung für sehr viel Diskussionsstoff weltweit gesorgt hat. Denn diese Folge ist absichtlich sehr dunkel gehalten, um diese Atmosphäre rüberzubringen der langen Nacht. Und es ist natürlich so, dass das Ganze in Ultra HD produziert wurde und in Dolby Vision. Und wenn das Ganze natürlich dann in SDR runtergebrochen wird und in Full HD und dann auf Streaming-Dienste super mega komprimiert, dass man da dann nichts mehr erkennt, da braucht man nicht großartig vom Fach sein, um das logisch nachvollziehen zu können. Und selbst auf der Full HD Blu-ray in SDR, wenn man jetzt wirklich nicht den maximal potenten TV hat, hat man hier extreme Probleme, beziehungsweise vor allem dann auch, wenn man falsche Bildeinstellungen hat. Und jetzt muss ich mal hier ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt aus dieser Folge her nur zwei Bildvergleiche schießen konnte, um einen Eindruck zu bekommen. Weil mehr wollte meine Kamera hier wirklich nicht aufnehmen, sonst habe ich entweder nichts gesehen auf den Fotos oder es war alles total überbelichtet. Aber ich möchte euch ja hier möglichst einen realen Eindruck vermitteln. Dementsprechend verzeiht mir, dass ich jetzt nicht hier so viele Bildvergleiche habe. Aber ich habe zwei Bilder treffen können, die das Ganze gut darstellen. Denn wir sprechen jetzt hier ausschließlich über den Dynamikumfang über Dolby Vision. Okay, schauen wir uns den ersten Bildvergleich so an. Und wenn wir uns das so anschauen, sehen wir genau das, was damals die große Kritik war. Und zwar, man sieht in der SDR-Variante einfach nichts. Mein G3 ist hier nach Norm eingestellt, dementsprechend auf 100 Nitt Lichtleistung. Der Raum ist komplett abgedunkelt, Restlicht optimiert und so weiter. Trotzdem ist es unfassbar schwer, hier etwas zu erkennen. Man kann zwar so ein bisschen erahnen, zum Beispiel oben auch bei diesem, ich sag mal, Feuerschweif mit dem Qualm im Hintergrund, da kann man schon so ein bisschen erahnen, dass da was ist. Aber wenn wir uns dann im Vergleich die Dolby Vision Variante so anschauen, dann ist das wie so eine Offenbarung. Wie als wenn jemand mal den Lichtschalter eingeschaltet hat. Man hat trotzdem das Gefühl, es ist bei Nacht gedreht. Es ist wirklich dunkel, aber man erkennt jegliche Details. Und das ist das, was Dolby Vision so ausmacht. Und das kann technisch gesehen auch nur Dolby Vision umsetzen. Man hat sehr starke Lichtdetails. Die einzelnen Flammen wirken sehr immersiv hell. Das konnte meine Kamera jetzt hier nicht mehr so gut einfangen. Aber ich verspreche euch, das ist wirklich wie so kleine Kometen, die da durchs Bild flogen. Und auch die brennenden Schwerter wirken sehr, sehr natürlich, was die Lichtdarstellung angeht. Aber ich meine, da sieht man es doch ganz deutlich, auch am Himmel, die Feuerschweife, die sehen wirklich sehr gut aus. Man kann sie richtig gut heraussehen. Und das ist alles wirklich phänomenal produziert. Natürlich braucht man hier, um das so sehen zu können, ausschließlich ein OLED-TV, welcher diese Leistung auch entsprechend liefern kann. Stichwort Auto-Static-Brightness-Limiter. Habt ihr ein OLED-TV, welcher hier den Auto-Static-Brightness-Limiter im Problem hat? Zum Beispiel die LG OLED-TVs der Generation 21 und älter. Die werden jetzt hier dieses Problem haben, dass sie sehr stark abdunkeln werden. Und ihr habt das gleiche Problem wie in der SDL-Variante. Erst moderne OLED-TVs, wie zum Beispiel der Samsung S95C, Sonys A95L oder auch AGs G3, G2, C2 und C3, die haben diese Problematik nicht mehr. Und dementsprechend können die TVs das so abbilden, wie ich es jetzt hier auf der Seite in der Double Vision-Variante zeige. Der Samsung S95C kann hier natürlich nur auf HDR10-Zone greifen, kann das leider nicht so genau abbilden, wie jetzt zum Beispiel ein TV mit Double Vision, wie als Beispiel hier der Sony A95L oder jetzt auch hier der AG G3, wovon das Bild stammt. Jedenfalls können wir das ganz gut erkennen, wo das Problem damals lag, dass nun mal einfach diese Folge auf Double Vision ausgelegt ist und dementsprechend dort auch nur ihre maximale Leistung liefern kann. Ja, wie versprochen, habe ich noch einen weiteren Bildvergleich aus der genannten Folge. Und diesen habe ich hier vor allem vornehmlich dafür gewählt, um euch auch klar zu machen, dass das Bild, was wir uns eben angeschaut haben, nicht überbelichtet war oder künstlich nachbelichtet ist seitens meiner Kamera, sondern wirklich mit den gleichen Einstellungen fotografiert wurde. Denn wenn wir uns das jetzt mal im Vergleich so anschauen, das ist die Szene, wo die beiden Drachen über den Wolken fliegen mit dem Mond im Hintergrund und hier ist meine Kamera wirklich ans Limit gekommen. Das Bild von Double Vision ist hier leicht verwackelt, also das bitte ein bisschen nachsehen. Es geht mir hier wirklich nur um die Lichtdarstellung, um die Kontrastdarstellung und das können wir hier auch trotzdem ganz gut sehen. Dass das Bild mit den gleichen Bildeinstellungen, mit der gleichen Kameraeinstellung hier nicht überbelichtet wirkt. Und das heißt, das Bild, was wir uns sofort angeschaut haben, wirkt auch so auf dem TV. Und hier können wir wirklich sehen, dass es fast schon malerisch ist, wie sich das ausschaut und die Kamera konnte das bei weitem nicht so einfangen, wie ich das sehen konnte. Also der Mond wirkte wirklich sehr hell kontrastreich, als wenn ich am Fenster stehe und mir den Mond am Himmel anschaue. So sah das wirklich aus und das ist wirklich phänomenal produziert. Sei es die Helligkeitsabstufung von Mond bis hin zu den Wolken, die Lichtreflexion auf den Wolken. Das sieht alles wirklich sehr schön aus und so sollte letztendlich Game of Thrones Staffel 8, Folge 3 aussehen. Die SDR Fuller Debloreal Variante zeigt natürlich auch wieder das Problem, was wir damals auch schon bei der Erstausstrahlung hatten. Sehr dunkel, man kann kaum was erkennen. Die Drachen sind irgendwie nur irgendwelche Gestalten zwischen den Wolken, aber sonst ist es letztendlich nicht großartig dynamisch. Und das ist auf jeden Fall etwas, das ist einfach, wenn man Dolby Vision in der Form mal gesehen hat und das jetzt hier mit Game of Thrones, weiß man einfach, was man an dieser Stelle hat. Und es gibt leider nicht sehr viel Material, was genau diese Vorzüge so ausarbeitet. Und diese Folge hier ist eine absolute Referenz dafür, wenn man Dolby Vision mal in der absoluten Qualität sehen möchte. Jedenfalls kann ich nur an dieser Stelle sagen, Game of Thrones auf Ultra HD Blu-Ray ist für genau diese Dinge genau das Richtige. Ja und damit sind wir jetzt am Ende mit dem Vergleich zwischen der SDR Fuller Debloreal Variante und der Dolby Vision Ultra HD Blu-Ray Variante von Game of Thrones durch. Und ganz ehrlich, wir haben in diesem Video ganz gut gezeigt, welche Leistung in Game of Thrones steckt auf Ultra HD Blu-Ray. Game of Thrones ist so eine Vorzeigeserie auf Ultra HD Blu-Ray, wenn es um die Technik geht. Klar, die ersten Staffeln sind jetzt nicht so super, es gibt da sehr viele schöne Szenen, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber erst ab der fünften Staffel kommt es wirklich auf, dass man sagt, wow, das ist Ultra HD Blu-Ray Qualität, so wie sie im Buche steht. Und ganz ehrlich, ich habe mir jetzt auch vor kurzem noch Game of Thrones House of the Dragon Staffel 1 auf Ultra HD Blu-Ray angeschaut und ich habe erst gedacht, dass Game of Thrones eine gute Qualität hat. Aber House of the Dragon ist nochmal eine ganz andere Ebene. Dabei ist die Mutterserie wirklich nur Mittelmaß, ganz ehrlich. Auf jeden Fall von meiner Seite aus gibt es hier eine klare Empfehlung, wenn ihr Game of Thrones auf Ultra HD Blu-Ray euch kaufen wollt, das auch gemütlich zu machen. Da werdet ihr das definitiv nicht bereuen. Selbst wenn ihr die Serie in SDR Fuller Deblu-Ray schon dutzende Male gesehen habt und quasi mitsprechen könnt, wenn ihr das auf Ultra HD Blu-Ray schaut in Dolby Vision, werdet ihr die Serie nochmal von vorne erleben. Ich habe selber das nämlich auch schon dutzende Male gesehen und als ich es jetzt auf dem neuen 77 G3 in der maximalen Dolby Vision Qualität erleben durfte, war das nochmal so eine Sache, wo ich sage, wow, das hätte ich nicht erlebt, das fühlte sich nochmal komplett von vorne an. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß mit Game of Thrones auf Ultra HD Blu-Ray. Und dementsprechend sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn in Zukunft solche spannenden Vergleiche wie diesen hier nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall das kostenlose Abonnieren meines Kanals nicht vergessen sowie das Aktivieren der Glocke. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne Blu-Ray-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!